hallo ich grüße euch 13 jahre ist das nicht wunderbar ja das wäre schön es war ja bis jetzt auch wunderbar nur das muss man sagen hier in unserer ortschaft von weide hallo und wo bleibt ihr seid ihr wir suchen euch denn im moment ist hier totale leer also es ist ganz ganz schlimm also ich kaufe hier rund noch alle hier denn wenn man auf die chance rausguckt ist hier ehrlich gesagt tote hose nun also vielleicht liegt es daran dass ihr sagt okay man ist in köln in köln kann man mehr einkaufen oder internet oder man kauft im internet ein ja mag zwar alles gut und schön sein für euch aber bedenkt mal eins bedenkt auch mal hier die vorteile zum beispiel uns habt ihr stressfreies einkaufen also es sind nicht so viele kunden in einem laden ihr könnt euch entspannt schauen und ihr werdet nicht so limitär gedrückt oder geschoben dann habt ihr leere kabinen dass ihr euch auch in Ruhe umziehen könnt dass ihr richtig entspannt einkaufen könnt faire preise besonders jetzt mit der 20 prozent aktion die ich im moment laufen habe auch markenware ihr habt eine ausgedehnte beratung besonders auch bei mir und auch in den anderen geschäften das heißt sie kann eine stunde sein eine halbe stunde kann auch bis zwei stunden sein also ich lasse immer mehr zeit bis ihr richtig zufrieden und glücklich diesen raum also dieses geschäft verlassen nämlich glückliche kunden sind für mich die lieblingskunden gut dann hat ihr vorhin auch ein paar pötze zur verfügung bekommt ihr auch ist auch kein problem essen gehen könnt ihr auch dass ihr sagt boah jetzt habe ich hier so viel bewegung gehabt ich habe hunger könnt ihr auch wir haben hier ein sehr schönes restaurant das zagrepp so wie auch gegenüber haben wir auch ein kaffee wo man schon kuchen essen kann dann haben wir hier noch eine eisdeele eine eisdeele haben wir natürlich auch wir haben auch ganz tolles eis hier und ihr könnt auch einen ganz tollen cappuccino essen bezweck auch hier bei der angela könnt ihr auch in diesem restaurant in dem neuen italienischen restaurant könnt ihr auch ganz toll essen und auch mal ein schön kaffee trinken gut das wären jetzt hier die vorteile von null weide würde ich sagen also ihr könnt ihr wirklich stressfrei einkaufen ihr habt ruhe ihr habt ein entspanntes einkaufen ihr werdet beraten wir hören euch zu es werden auch schon mal ein bisschen gekümmelt weil der kölsch auch ganz gerne macht so ein bisschen mal hin und her was erzählt aus dem leben oder was ihr so erlebt habt was wir auch alle gerne zur entspannung haben und dadurch freut man sich auch immer ein bisschen mehr und man lernt sich auch dadurch besser kennen ich finde einfach mal ich würde auch einfach mal sagen auch hier so in den ganzen läden ob jetzt bei mir oder auch in anderen läden oder auch im restaurant denke ich einfach mal wir versuchen immer euch so ein bisschen das wohlfühleffekt zu geben also dass ihr wirklich so stressfrei euch richtig total entschuldigt entspannen könnt und das denke ich weil es gehört auch zu einem einkauf man hat so viel stress zu hause so viel stress auf die arbeit so kann man auch mal so ein bisschen relaxen und so sollte auch ein einkauf sein nun das war jetzt einfach mal dass ich euch mal sagen wollte also zieht wieder mit am besten jetzt kauft kauft hier null weide ein schaut euch einfach mal hier um informiert euch neue geschäfte sind kommen jetzt auch noch dazu wir freuen uns auf euch denn wir möchten alle gerne unsere leben weiter behalten denn für uns ist der der land sozusagen unser baby wie man das so nennt ja und ich spreche auch nicht nur für mich allein ich denke auch mal spreche auch hier für die allgemeinheit von den geschäftsleuten und ich sollte mich sehr auch schön beim allrein halten man möchte doch einfach mal sagen können okay man geht sonntag spazieren und man macht mal so ein geschäft oder blümchen kaufen oder wochenende bei mir mal durch schaut na also versucht es einfach mal schaut euch einfach mal richtig rum und ihr werdet sehen auch bei uns schon mal eben auch eine schöne geschäftsstraße wohl klein ist fein es muss nicht immer groß und stressig sein okay ich freue mich auf euch tschaui